1 dann ist auch noch eine die vorliegt ich sehe die andere die auch noch mal eben waschen zwei fische snacken und flaschen auffüllen ich du finde das und triebste und nun die glasche auf die uns aber worum nun nicht so viel trinkst das tun nein wie die flasche auffüllen Nein, ich will den Fischchen. Man kann die Wach richtig gut runterholen. ich habe einen erwischt den schmeiße ich jetzt hier hin er kann ja bis sie auch erst mal geht er ja auch dran wenn du die hinlegst einer 2 ich will sie nicht ich habe gedacht vielleicht zu essen wie sie aber sollten vielleicht vorher noch tasche bisschen leer machen bevor loben gehen war also ich kann nicht mal meine lederbeutel öffnen ja gut dann solltest du die tasche leeren machen ich komme fort wieder haben wir eigentlich unseren sätzen da gesagt dass er da bleiben soll glaube ich gelbe bleib hier versteckt ja ne da kann aber unterstuft glaube ich bleiben überwechseln bei der unterkunft so bleib hier arbeit arbeit sind die Tür zu begreifen eigentlich so das was und und Köpfchen das mal gucken wo du was gelagert hast hier so mal gucken da habe ich auch noch welche von rahmen nudeln auf jeden Fall machen ok egal voll ich die oder das die 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 zwei regale nur mit köpfen man könnte meinen wir sammeln trophäen man könnte echt meinen wir sammeln trophäen die regale sind ja alle da 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 Wenn wir das eine mal wegnehmen, können wir mal was anderes sehen. Was war das? Wieso habe ich denn schon viel... Ach, ich habe gar nicht genug gegessen. Ah! Ach komm, dann brauchen wir noch einen davon rein. Hm. Ach guck mal, Rucksack. Das. 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 Wie kann ich den Rucksack rufen? Den Rucksack habe ich bis jetzt nur mal geöffnet, wenn nicht genug Platz war für das Ganze im Winter. Machen wir mal ganz kurz. Einstellungen. Steuerung. Äh. weil ich habe den gerade einmal aufgemacht ich weiß nur nicht mehr wie er muss doch irgendeine tasse haben komisch ja dann wollen wir da liegt ein fisch auf dem boden so Jut, aufi. 13 Uhr, ja. Ja, unserem Fluss hier einfach hochfolgen. Wir können ja am Fluss bleiben, oder? Können wir auch machen. Ah, Golden Boy kommt. Okay. 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 Ja, schön. Was? Hat die sich gerade selber erschossen? Nee. Hat doch gerade Schuss gegeben. Ja, die trotzdem geschossen, aber die nicht selber erschossen. Nee. Hier schießt auf den hier. Den, der nicht sterben will. Die Tasche fallen lassen. Kann ich nicht hoffen. Hast du dich leer gemacht? Ja. Doch, ich habe schon einiges leer gemacht. Aber ich habe meine Taschen noch nicht weggepackt. Nee. Ich habe ihn jetzt aufgehoben. Ja, ja. Ich habe ihn jetzt aufgehoben. Ja. Mach mal hin. Ja. Ich weiß nicht, wo du was hingelegt haben willst. Einmal irgendwo hin. Ja. Ich habe einiges rausgepackt, früher. War wohl nicht ausreichend. Ja. 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 Das ist nach oben. Ah. Ich spiele mit den Fischen. scheint bequem auf der häuser zu sein diese richtige leidung hatte ich dachte gerade da steht links einer aber das ist nur ein schiefer baum das war auch die ne ja vom bild her glaube ich ja da hinten sind schon wieder die kleinen monster f*** nur eins obf mal springende fische ja geil wo bis zu kleiner Ratte ja er trinkt einfach er wird drungen die hier ist das Wasser bis die Tiefe in der Welle der ist gerade abgesoffen aber das mit der Fisch-Animation finde ich schön dass die alle nach oben fliegen ja oh oh wo bist du hinter dir da vorne ist ein ganzer ich weiß nicht ob der hinter uns jetzt gesehen hat so also hier ja da aus ist einer ja doch da oben ja 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 das doch ja bei dir, pass auf. Ja, so paar Meter sitzt noch. Das ist auch eine Art, sich an denen vorbeizuschleichen, oder? Das ist gar nicht, ist die da drunter, oder ist die ein bisschen hoch? Das ist auch die Hüte da vorne. Ja, da musst du die Hüte sagen. Ein paar Giftige Bären. Hä? Ein paar Giftige Bären. Oh, nee, danke. Ein paar Äste noch mitnehmen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh. War die oben? Ja, die war da oben. Ach, hier sogar. Scher okay, oder? Nee, Schaftrabe. Nee, Schaftrabe. Schaftrabe. Na? Na? So. Wie? Ja. Wo Wo die hülle ist rechts oben kletta parkour das ist hier okay das ist gemüse die sind alle giftig die müssen das hier sein die hat bei mir eine schleude bei dir was hat er bei dir? eine schleude ja, hab ich mir gerade genommen das ist die baller oder gar nicht? wo? ja war ich hier nun also ich kenne die Rohr, die wir ja, ja ich dachte wir waren hier schon hier ist auch noch Kram an der Seite ja, hab ich eingesteckt ist hier noch mehr Kram? ja, da gibt es noch Frage bei der Schiene ja Frage was? die Schäden ist noch kein hab ich schon genommen weil die auch zu ist, ne? haben die noch? kann auch sein dass ich hier schon mal ein Singleplayer drin war das kann auch sein, oder? eigentlich ein Brett ist noch ein ich meine auch, dass wir hier schon drin waren ja aber die schleuder war letztes mal nicht hier ne aber bevor wir jetzt gleich loslegen will ich ganz schnell mal wohin weißt du wir können hier im Eingangsbereich einfach stehen bleiben ja hier ist eine Seilerutsche wir können hier bleiben wir können hier bleiben ja ich bin sofort wieder da im Stream kleinen Moment so kleinen Moment ich bin wieder da ja kleines Unglück gehabt ich bin wieder da mal was essen trinken ich hoffe man hört das Bohr nicht ich hier ist jemand äh ich weiß nicht ob das nebenan ist oder unter mir ich glaube nebenan hat ein Bohr rausgeholt bist du auch wieder da? hier unten ist auch so eine Sauerstoffflasche das heißt, falls du ihn austauschen musst das würde ich nicht verstehen ja ich hab ja gesehen das paar brauchst für diese Höhle hier brauchst du Seilrutsche und ähm Atmungsgerät was auch haben wir ja beides aber ich fühl mal eben ähm wieder aufgefüllt ja du hast die Flasche ein bisschen? ja runter springst ok hier haben wir doch doch noch schon hier drin ja wir hatten aber nicht die Seilrutsche hä? wir hatten aber damals nicht die Seilrutsche hä? wir hatten aber damals nicht die Seilrutsche doch die Seilrutsche hatten wir wir hatten aber das Tauchgerät nicht ne ich meine es war genau anders weil wir sind ja hier so wir hatten wir haben ja nicht wir hatten beides nicht da hat man beides nicht hat man beides nicht nicht roter springen also runtergehen also was ist schon unten ja es hat nur die Stilette und ne fasse hm 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 Da ist das Licht, ne? Und hier ist Wasser. Jetzt ein Seil. Wo bist du? Bist du in der Ecke, ne? Oh, ich muss auch noch die Taschenlampe wechseln. Das ist eine Katastrophe. Das sieht überhaupt nichts. Ach, hier liegt ja... Oh, Schmerzmittel. Oh, ja. Ich hätte mir ne Schrotflinze geheimdien. Ne Schrotflinze hätte ich mir gewünscht. Ich würde da nicht einfach nur so viel sagen. Hä? Ich glaube nicht, dass die irgendwo anfangen, dann in der Lüse rumliegen würde. Schon ist er irgendwas Extremes machen. Naja. Kann man mit ein paar Pölzen rumfantieren und... ...dreiche Funde, die dann machen. Ja gut, dann geht's nur um Wasser rein. Was ist da oben? Ach, da kamen wir her, hab ich gesagt. Wahrscheinlich so der Rückweg, wenn du, äh, kein Tauchgerät hast. Ja. Dann muss richtig, richtig tief rein. Ja, ich wusste ja gar nicht, ob du schon drinnen bist. Bist du schon das Wasser? Ja. Ja, schon. Ich seh den Marker schon nicht mehr. Das ist schlecht, ich weiß nicht, wo du hin bist. Gibt nur einen Weg unter Tauchel. Ja, ich seh doch hier unten immer so x. Ah! Und dann mit dem Lint in dem Wasser. Ich seh auch nicht mehr. Aha. Oh. Jetzt seh ich dich. Sag mir nicht, wenn ich auftauche, ist die da, sag wieder Freunde da. Ja. Ja, aber normale Freunde, ne? Ach so. Nicht die Art von Freunde, die du mit dem Kreuz verschuldet hast. Was man halt Ecke abhängen kann. Das sind die Art von Freunde, die... Ach, die da. Oh, da sind auch gleich drei Stück von da. Ja. Ich weiß nicht, ich hab... War die irgendwo, Molly oder so? Nee. Ich geh nicht.